Wir müssen rasten. Okay. Geistertod. Geistertod, wir können uns noch mal versuchen. Dieses Mal müssen die Faden deutlicher sprechen als Worte. Euer Envel! Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Okay, wir gehen mal an den Anfang des Dungeons. Oder wir gehen am besten hoch zum Rasten. Weil dadurch, dass hier der Mittelraum eigentlich direkt verbunden ist mit den anderen Räumen, können wir jedes Mal zurückkehren und rasten. Jetzt interessant, ist der Pfeil nicht begehbar? Weil der nicht blau unterlegt ist. Ah ja, wir machen Fortschritte, wenn man sich so ansieht. Also wir müssen noch den oberen Bereich... Also man sieht es wahrscheinlich im Video nicht sehr gut, aber ich sehe hier den Rand der Map. Also nehme ich... Gehe ich mal davon aus, dass der Bereich hier noch zu erkunden ist. Warte... Wo kommt der denn her? So... Also der Tempel selber ist... Safe Place. Also wir haben bis jetzt Silber, Kupfer, Elektron, Gold... Da ist Platin. Und hierfür bräuchten wir den Bronze-Schlüssel. Okay. Woran hast du, wenn es dein Wunsch ist? Okay, hi, Jungs. Ich mach's so schmerzenlos wie ein Wunsch. Die sind böse, wenn sie unsere Ferngämpfer erwischen. Wie kann ich helfen? Einverstanden. Okay. Das heißt, hier sind Gegner im Raum. Stimmt ja, die haben wir ja auch gesehen von der Seite. So. Ja, weiter. So, das ist der Platinschlüssel. Und das ist garantiert wieder ein Raum voll mit Fallen. Nö. Hi. Haben wir vorhin deinen Kumpel da etwa mit uns mitgelacht? Ja, komm. Okay, das hier sieht aus wie eine Haupttüre. Wahrscheinlich müssen wir erst alle anderen öffnen. Gucken wir doch mal... Ah, er ist bei der Defizierten. Wer diesen Zauberstoff verwendet, kann Fallen finden. Ah. Naja. Tach, Kruftmonster. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Stirb, Kruftmonster. Wenn es sein muss. Geist und Kruftmonster. Okay, also jetzt nichts Besonderes. Böses. Wie kann ich helfen weiter? Was ist los? Ich tue's. Dein Befehl. Oh, Level up. Okay. Nehmt keine Gefangenen! Nehmt keine Gefangenen! Okay. Das da ist kein Sarkophag. Also nicht so ein, ne? Zusätzliche Waffenfähigkeit. Katana ruhig. Und dann natürlich jeweils fünf Punkte auf alles. Wenn es sein muss. So, das war klar, dass da eine Falle dran ist. So, was haben wir hier? Großer Schild verstärkt. Ein Fregel, den wir nicht identifizieren können und ein beschlagener Lederwarms. Ja, die Schattenrüstung ist besser. Der kann also verkauft werden. Den Fregel noch identifizieren. Schockfliegel. Hm. Ja. Der ist jetzt zum Verkaufen. Das auch. Ja, weiter. Ich höre. Wenn es sein muss. Okay, drei von der Sorte. Geht's hier irgendwo? Ja, da oben geht's nochmal weiter. Hm. Sag, es soll geschehen. Auf in den Sieg! So, Nostra geht wieder Ihrem Lieblingshobby nach und findet alle Wurffeinde und ein Bastardschwert. Hm. Bastardschwert Einäscherungsrufen. Beim Treffer besteht eine 50-prozentige Chance zusätzlich 1-2-8-Schaden Feuer zu verursachen. Des Weiteren besteht eine 10-prozentige Chance das Ziel für 4 Sekunden zu betäuen. Verteidiger Einäscherungsrufen. Hm. Okay. Hallo? Hallo? Aufschreien. Was ist los? Ernsthaft. Ja. Der kommt einfach da rein. Zack. Boom. Droht. Tag, Jungs. Der Nächste. Dein Befehl? Euer Händler. Sofort. Nehmt keine Gefangenen! Immer bereit. Bereit zu neuen Karten? Worum handelt es? Nehmt keine Gefangenen! Brauchst du mich? Irgendwer fehlt doch. Ja. Ach du. Okay. Das heißt, wir können uns alle wieder hier treffen. Sag, was du von in Ordnung! Das war jetzt gerade geil mit dem Kruftschrecken. Äh, was willst du hier? Boom. Weg. Okay. Woran hast du gedacht? Ist das alles? Hm. Dachte ich mir fast. Guck mal weiter, ob da nicht noch mehr sind. Ja. Okay, zwei Türen weiter. Wie kann ich helfen? Einverstanden! Ich höre. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich Fallen entdeckt anhabe, dass ich dann... Oh. OkaGalot. Mal was ganz Neues. Stimmt aber eigentlich. Die Grünschleime vorhin... Dein Befehl? Mögen die Götter mich schützen! Ich schlag dich in Stecker. Weiter! Euer Ende ist nah! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Was macht eigentlich noch mal der Verteidiger? Ach, Rüstungskraft. Klasse Bonus. Also, bleiben wir lieber auf dem Verteidiger. Ja? Vorwärts! Was? Ich tue es. Bis wir wieder gehen am Gegner... Sag, was du von mir willst. Gewiss. Wie kann ich... Einverstanden! Ich mach's so schmerzlos wie mit. Ich mach's so schmerzlos wie mit. So. Das heißt, wir können hier noch... Dein Befehl? ...durch dann. Es soll geschehen! Was ist los? Da hab ich auf jeden Fall sich was bewegen gesehen. Ah ja, Geister. Hm. Tschüss. Sag, was gewiss! Mögen die Götter euch gnädig sein! Auf, mit dem Sieg! Ja, komm ruhig raus, da. Ich wasch mir meinen Wagen in deinem Blut! War's das jetzt in der Ecke, oder was? Woran ist das alles? Also ja, ich beschwör mich nicht über die Erfahrungspunkte. Wie kann ich hier weiter? Allerdings ist das doof, dass in dem Abschnitt gar nichts war. Platin, da können wir eh rein. Silber, Kupfer, das heißt Elektrum, was wir noch haben, führt nach da oben. Dein Befehl, Wiss! Ich höre, wenn es sein muss. Gucken wir mal kurz, ob wir fallen sehen. Bis jetzt nicht. Nein, nur Geister. Silber, Kupfer... Achso, da hinten geht's noch ein Stück weiter. Ja, in Ordnung. So, dann kommt mal her, ihr Geister. Vielleicht wird wieder wahrscheinlich die Autopause angehen, ja? Sag, was du von mir willst. Na, ein bisschen werden wir noch brauchen, bevor wir Level-Ups bei den anderen kriegen. Werde Zeugens wahr, Mama! So, das Gerät ist weg. Jetzt ist der Geist weg und dann durch die Tür da. Ach, hi. Wie kann ich helfen, dein Befehl, dieses Mal.